komisch gut jedenfalls nächste Emission sind wir schon wieder hier oder wie hi schon wieder einer Spiderman es gibt noch einen vermissten Studenten der letzte vermisste ist steve hopkins sorgen weil ein paar jungs von tombstones gang angefangen haben in seiner nachbarschaft geschäfte zu machen steve hat das gehasst es ist eine gute gegend aber er war zu ängstlich was zu tun wenn er verdorben ist lässt er vielleicht seine wut raus aber sie werden ihm wehtun das foto hat steve zuletzt hochgeladen bevor er verschwand ich konnte nichts aktuelleres finden nach der westzeit aus aber westzeit wesen des central park aber westzeit der ist der glaube ich ich glaube ich muss richtung norden glaube in die richtung also zu zirka dort hier müssen wir was weiß über steve die dealer könnten ihn klapp machen und ein kleiner kerl brennt schneller aus ich beeile mich lieber wenn ich einen park auf der westzeit am wasser finde nicht mehr dass den ort zu finden ich glaube das ist eine gute übung damit steve scheint viel verabschieden antwortungsgefühl zu haben aber keine kraft hoffentlich bin ich rechtzeitig da tust du uns gegen ist vielleicht nicht so unangreifbar wie erworst aber genauso mörderisch aber im prinzip kriegt man eigentlich eh nur ip von dem aber trotzdem geil trotzdem nicht schlecht ich finde das geil so um die ecke und so wie er das macht finde ich richtig nice so 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 Was ist denn? So, es ist noch mal da. Ist es eher mehr so was rum, oder ist es eher das Gebäude gewesen? Ah, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das das Gebäude ist. Ne, das sind so komische Dinge. So komische Fenster und deshalb. Gibt es da vielleicht noch einen Park? Oh ja, der, der könnte ein Park sein. Das könnte ein Park sein. Schauen wir mal nach. Das ist mal nicht, nur weil da ein bisschen was Grünes ist. Ne, weiter nicht. Definitiv nicht. Das, wow, wieso nicht? Das könnte es vielleicht sein. So einfach so eine kleine freie Fläche, wo ein bisschen was Grünes wachsen könnte. Was könnte es sein? Und? Ah, shit. Ich glaube, da können wir lang suchen. Da geht es nicht zu, weil ich so ein Gebäude oder so. Ich glaube, hier weniger. So, wenn wir schauen. E-A-P ist ja da. Nein, jetzt zeigt es gar nicht an. E-A-P ist ja da. 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 irgendwie so nur so bis es so bei der grenze weil da gibt es ja auch meistens irgendwelche irgendwas das ist ein bisschen was grünes und so dahin und wieder ich hoffe ich bin über den richtigen Ort weil es sagt aber ich bin Prozent jaja entweder ich gerne mal dort ziehen ja würde ich sagen ja es ist das wieder vor ich bin typisch 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 aber es geht doch aber ich habe das Wasser schon durch den Park und das richtig schön Das war definitiv zu spät, definitiv zu spät. Oh, nein, ich hätte nicht so aus wie dieses Treffer. Alles klar. Dann hätte ich es gesagt da, aber wir gehen das so rundherum, also schwingen wir uns da so rundherum, dass wir so abchecken können, ob es nicht vielleicht da ist. Das Foto muss hier irgendwo aufgenommen worden sein. Genau, 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 genau. Das sagt eh schon. Dann passt das eh schon. Können wir das eigentlich hier weg machen? Du musst nur das Gebäude finden. Da ist es. Und wo haben wir denn die Leute? Oh, s***. Oh, s***. Oh, s***. Oh, tsch***. Und tsch***. Tsch***. definitiv so machen wir mal den hier hier der hat wie schön alle sind aber eingetzt da brauchst du mal fliehen aber du brauchst nicht fliehen alles gut Stief Lassens und für seine ordentliche aus Schild er hat dieses Jahr gut und tschüss nachher hat es schlagt noch gar Göln ein Schlaggenau was habe ich gemacht ich hatte immer ein Problem mit den Typen aber heute wollte ich sie töten ich will gar nicht daran denken alles gut du kannst nichts dafür so habe ich mir das gangsterleben nicht vorgestellt gut dann schwingen muss ich gleich zur nächsten mission wenn sowieso keine emission also verbrechen hier in der nähe gibt hey netzbomb haben wir wieder gekriegt super ich weiß jetzt schon wir werden ordentlich lang suchen wegen die verbrechen ich bekomme e mails von der rapide schrumpfenden aber hartnäckigen gemeinde der spiderman fanboys und fangirls die darauf beharren dass er ein heiliger sei weil er ein drogenlabor dichtgemacht habe das von einem bezaubernden menschen geleitet wurde mit dem namen gleich kommt tombstone ja gut dass er gott gott spiderman hätte mit seiner kriminell fahrlässigen selbstdarstellung den ganzen häuser block hochjagen können zum glück konnte die tapfere feuerwehr den brand eindämmen weil es ihr job ist und wenn spiderman nicht so dumm wäre hätte er die informationen zu tombstone der polizei übergeben damit die ihren job erledigen können aber nein er dachte topendealer bekämpft man am besten mit brandstiftung geil ich dachte es war schon die letzte mission es gibt noch viel mehr vermisste studenten heute fand kein treffen im debattierclub statt alle sind auf einmal verschwunden ein koordinierter angriff die sache eskaliert wo war ihr letzter aufenthaltsort ihr präsident herald ist auf einem touristen foto stream zu sehen das ist südöstlich der universität verdammt einfach mal hin mit uns was genau bei der autobahn unterscheiden von dort richtung sie ja aber ich glaube es war es ist einfach alles auch noch nie gehabt mit dem mit den bildern so da es ist leid schlecht es ist leid schlecht es ist einfach alles auch noch nie ich beeil mich lieber oh shit naja der ganze klub geht auf die leute los also so da haben wir es ja 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 da war da drüben vielleicht da sehe ich schon die polizei ach da vorne das müssen sie sein ha ha wow oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh fuck oh jetzt haben sie auch schon sachen dass sie sagen umso oh mein gott halt davon wo haben die das ah shit Und der. Und tschüss. Haha. Oh, wie süß. Wow. Und tschüss. Oh, wie du es hast. Du wirst durch. Geil. Danke. Ich wusste, dass es alt war. Aber ich konnte nicht aufhören. Klingt nach einem typischen College-Studenten. Es ist alles in Ordnung. Ich konnte nicht aufhören. Ja, das... What? Schon wieder? Ach du Scheiße. Wie viele haben wir da noch von denen da überhaupt? Ah, jetzt wird es definitiv die letzte sein. Ach du Scheiße. Ja, es wird die letzte Person und so. Jetzt kommt der Europa und jetzt wird es die ganze Uni wahrscheinlich jetzt drankommen oder wie? Uni Campus. Fix alle miteinander. Irgendwo habe ich jetzt Polizei gehört. Schade. Also ich glaube, wir spielen uns sowieso erst ständig einmal zu der Mission, einmal zu der Mission. Und wo siebgemäß eigentlich quasi nur zu der. Nichts. Ich glaube, wir spielen uns beim K-issy.